Oh, ein Bulle von Weitem. Bulle, Bulle, Bulle. Alter, hier ist ein riesenväter Flachbildfernseher drin. Wollen wir den mitnehmen? Bulle, Bulle. Du kannst abbauen. Ich habe aber leider, wie gesagt, keinen Platz dafür. Raus aus unserem Ghetto. Das ist Sin City, Mann. Hier ist keine Polizei erlaubt. Wo kommst du denn hier, du Saftsack? Kommt ihr klar? Habt ihr mit mir ja schocken. Ja, ja. War nur ein Saftsack. Hier immer noch ein, ne? Nee. Popp, popp. Hier ist gar nichts. Medizinschrank, let's go. Was müssen wir hier machen? Säuberer das Gebiet nur. Okay. Ein Heimkino, oder? Was? Äh, ich hör hier, war nicht angenehm. Wo bist du im Keller? Hier. Kommt, komm, komm, runter, Alter. Ah. Happen, 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 happen. Okay. Happen? Hast du mal einen Happen? Hast du mal einen Happen? Happen, Happen. Hi, Happen, hab ich. Hi, Happen. Hi, Happen. Hi, Happen. Uhaha. Hier, kannst cracken, Alter. Großes Ding. Yo, warte, bin bei. Hä? Oh, Schatz, kann ich brauch diesen. Den brauch ich. Ah, hier, den hier meinst. Jetzt weiß ich, warte mal eins. Du bist kaum zu übersehen eigentlich, aber... Ja, der ist halt klein. Hier ist noch was in den Boxen, könnt ihr gerne haben. Ist aufgemacht, ja. Jetzt ist offen. Ja, hier sind noch ein paar Rohrbomben, wenn jemand mitnehmen möchte. Ha! Wie Frenkel angelaufen kommt, Alter. Ja, du kannst zwei nehmen, ich hab mal eine genommen. Ja, ich benutze sie eigentlich nicht. Ich wollte sie nur wegnehmen, damit du nicht alles kaputt machst. Ja, mit Rohrbomben kann ich mich kaputt machen, ja. Die Dinger hier, die machen Schaden, Junge. Ja. Soll ich dir das mal zeigen? Ja, zeig mal. Junge! Scheiße, was? Die Tür geht zu. Ich wollte dich einsperren. Ich hab doch White River Supplies hier drinnen. Ja, muss ich auch noch suchen. Scheiße. Aber meine sind zum Glück hier unten irgendwo. Alter, ey. Meine sind hier in der Wand. Ist aber ein bisschen was zerlegt hier, Frenkel. Achso, Vorräder. Ich muss auch mal eine Vorräder finden. Geil, wie keiner die Vorräder gesucht hat, ne? Ne, ich hab das überhaupt nicht auf dem Zettel gemacht. Fikoni. Das ist meins, ne? Ne, das ist meins. Scheiße, ich hab keinen Platz mehr. Ja, ich schmeiß doch nur Müll weg. Scheiße, wie Federn, ganz ehrlich. Da ist jetzt aber auch mal... Ja, den kann ich auch mal Schluss. Federn sind zwar wichtig, aber wir haben davon genug. Ja, haben wir. Ab zum Handeln. Wir haben auch hier noch allgemein Pfeile und allem rum und dran. Oh, Radioaktivität entweder der Mod. Die ist super, gleich in der Waffe packen. Ja, guck ich zu Hause. Also, von der Zeit her würde ich sagen, zurück zum Händler und nach Hause und dann so langsam... Ja, dann ist das Finish, ne? Ja. Achso, hast du gleich mal am Schluss noch kurz Zeit einmal? Wegen meinen Sounds da? Ja. Dann kann ich dir bei den Kanalpunkten helfen. Kurz. Kurz habe ich da noch Zeit. Ja, so wie komme ich jetzt? Achso, ja. Wenn nicht, dann nicht. Wechseladen. Ja, doch kriegen wir hin, glaube ich. So. Auf zum Händler. Und dann mal hoffen, dass wir endlich mal Stufe 3 fest kriegen. Oh, Digga, ich bin über dein Loch gesprungen, Xavi, was du hier beim Händler gebuddelt hast. Was? Ich? Ja, immer eke. Ja, genau wie ich war. Wie heute nur kurzer Scream? Digga, ist immer bis 10. Ja, ich finde, Ory ist ja schon kurz, ne? Also, schon traurig. Andy gönnt halt nicht mehr. Wenn die Frau nicht zu Hause ist und der Hund nicht wäre, könnte ich auch mal länger. Ja, an Cristario liegt das doch gar nicht. Du bist doch so ein Hund, ey. Ich schmeiß jetzt eine Batterie weg, wenn du euch gleich ne? Ein Hund, ey. Mann, was schmeiß ich jetzt weg? Ich habe so viele schöne Sachen noch. Zwei geschmiedeten Eisen, ja, kommt. Zwei Stücke, interessiert doch bestimmt keinen, oder? Was? Eisen? Geschmiedeter Eisen, ja. Hast du Lack gesuchen? Ja, habe ich. Und zwar ganz tief geschnüffelt sogar. Bist du noch ganz normal? Boah, ihr müsstet andere mitnehmen, was ich liegen lasse, ne? Tut mir leid, aber das sind gute Sachen. Oh, Alter. Stop staring, asshole. Ich brauche noch ein Buch für die Schrotpinsel. Fuck, Alter. Warum habe ich die nicht mitgenommen? Ich brauche noch mal zurückgehen, um meine Sachen abzulegen. Und dann kann ich mal gucken, ob ich wunderschöne Bücher bekommen habe. Ey, wenn noch einer ein Buch irgendwie hat mit Shotgun, ich brauche nur ein Buch noch. Dann kann ich was Gutes basteln. Uh, ne neue Shotgun. Ich kann jetzt schon Stufe 6 machen, aber ich will die abgesägt, die ist übertrieben. Ne, machen wir, wir können erst die Doppelläufige danach machen, ne? Ja, die meine ich, ja. Ach so. Doppelläufig, aber die ist ja abgesägt auch irgendwie. Ah. Du musst Sachen aus dem Inventar schmeißen, das ist doch kacke. Ja, finde ich auch immer nervig. Ähm, wo ist denn hier eine Schmiede? Great, here you go. Great, don't spend it on my water is great. Hm, Bauteile packen wir hier rin. Schweizer Knie, du hängst länger an diesem Volk. Habe ich nicht Kohle genommen? Weißer Kiesinger. Wartest du mit Kohle? Dachte, ich habe eben Kohle genommen. Geil, wieder vier Bücher für Amor, nice. Für die Liebe. Mhm. Okay, kann die Pistole auf 6 machen. Letzte war länger, das war ausnahmsweise. Schmerzer. Letzter Sweep war länger, war ausnahmsweise. So viele Bücher bekommen. Eisen reingeschmissen, ja. Muss ich selbst jetzt mal gucken hier. Ach, Quatsch. Wo waren die denn da? Außerdem war das zum Wochenende. Kommt auch noch dazu. So. Also, jetzt muss ich mal eben gucken. Hm. Also ich habe 35 bei den Stahl, also bei den Werkzeugen und bin jetzt bei Stufe 2 Stahlwerkzeug. Och, nicht schlecht. So, Arbeitsstation bin ich immer noch nicht weiter, da brauche ich halt immer noch bis zum Zementmischer 15 weitere Bücher. Rüstung kann ich alle Stunden bald auf Stufe 4 machen. Wild. Welche Rüstung? Leichte, schwere und normale. Mach uns doch mal ein bisschen Rüstung. Also, ich weiß nicht, was ich dafür brauche. Warte mal, kann ich mal. Kann man denn speziell irgendwelche Rüstungen... Ne, ich kann nur Privative hier machen. Kann ich nur andere bei der Werkbank machen. Stimmt. Ja. Assassin, Handschuh... Ah, Rüstungspakete brauchen wir. Rüstungsfertigungspakete. Und das haben wir nicht. Hier liegt nur eine AK drin. Oh, das ist meine. Alter. Ich bin die scheiß AK jetzt endlich raus. Hey. Der macht mich fertig. Ja, dafür bin ich da. Merkig. Ja, wir brauchen also Rüstungsfertigungspakete. Dann kann ich euch Rüstungen machen. Was sagst du? Wir brauchen Rüstungsfertigungspakete. Und das nicht wenig. Es hat keiner mehr ein Buch für die Schroffel. Nicht Teile, sondern Fertigungspakete. Na, Fertigungspaket steht hier. Rüstungsfertigungspaket. Genau, Rüstungsteile brauchen wir dafür. Nähzett und Klebeband. Aber was ist das andere? Habe ich noch nie gesehen. Sag ich, dass das andere aussieht? Gib mal ein Rüstungsfertigungs-Dingsbums. Also gib mal nur Rüstung ein, dann würdest du sehen. Ach. Ja, Klebeband, Nähzett, Rüstungsteile und dann kannst du ein Rüstungsfertigungspaket bauen. Okay, ja, mach mal. Müssten wir ja haben. Ein bisschen was davon. So viel Klebeband haben wir halt nicht. Dann machst du noch Klebeband. Hier ist Kleber irgendwo drin gewesen. Na ja, Kleber. Ich hab's gesehen. Oder auch nicht. Wo sind denn die Knochen? Ja. Das kann man auch mal alles zerlegen. So, geht das hier. Klebe. Wo ist das Klebeband? Da, 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 Kleber. So, wir laufen mal hier rüber. Ja, mit Kleber macht man mit Wasser? Ja, mit Wasser. Mit anderen im Kopf. Mit Knochen kannst du auch Kleber machen. Ja, ja, Knochen und Wasser. Du musst halt immer Wasser dabei haben. Da muss ich jetzt so machen. Einmal alles getriggert, aber hier ist nix. Juuuut, was brauchte ich denn noch für Rüstungs-Dingsbums? Achso, die Rüstungsteile. Ja, das ist ja nix. Haben wir dann noch Brauteile dafür. 37 Stück. Oh ja, na ja, Meil noch. Hier hochbauen. Ah, ich glaub, ich weiß, was wir nicht haben. Nee, Z. Oh, doch haben wir auch. Doch, haben wir. Hey, den kann ich ja noch was machen. Haben wir da, haben wir da. Klebeband. Sieben Stofffetzen braut noch. Ah, da war gar nix drin. Okay. Okay. So, dann kann ich ein paar Rüstungspakete machen. 14 Stück. Wie viel brauchen wir denn überhaupt für Rüstung? Wie viel Rüstung wollt ihr überhaupt haben? Hier sind so viele Rüstungen. Das müsst ihr euch mal angucken. Ich geh mal einmal kurz ein bisschen spazieren hier. Mhm. Was macht am meisten Sinn? Kann man das irgendwie sehen? Ah, hier, leichte Rüstung. Dann haben wir hier schwere Rüstung. Predika. Ist eine leichte Rüstung. Normade würde ich schätzen normal. Nee, schwer. Nerdstiefel. Also Nerdsachen. Mittlerrüstung. Aber Militaryrüstung gibt's gar nicht mehr, wa? Das ist jetzt alles so. Die Militaryrüstung sind voll immer geil. Kommt, glaub ich, später noch, ne? Ich weiß das jetzt gar nicht. Oh, ein paar geschmiedeten Eisen auch nur wieder. Alter, dieses geschmiedete Eisen macht mir fertig. Okay, meint ihr, das ist genug Platz hier? Brab für einen Freund. Dass wir kämpfen können. Ja, ja. Das reicht locker. Wer hat sich denn das hier hingebaut? Frankel bestimmt, ne? Ja, die Mauer, meinst du? Ja. Ja, hab ich Tatsache gemacht. Damit die nicht, wenn die reinspucken, unser ganzes Inventar auseinandernehmen. Ja, aber ob das genug Platz ist? Das meine ich. Ja, natürlich. Ich hab gedacht, wir gehen hier nachher in den Wohnbereich. Aber, ist auch egal. Ähm. Das ist jetzt auch, wie gesagt, egal. Wir wollen direkt an der Front campen, Mensch. Er ist ein Käse. Ey, machen wir nicht auf Akku hier, oder? Wir sollten auch immer noch die Eisenschaufel machen. Oder für euch die anderen Sachen. Ich brauche doch nur diese Schrottkankheiten. Na. So, was fehlt mir? Ah, ich hab jetzt mehr. Alles weg. Hab ich hier noch was? Da. Da war kein Lehm mehr. Ich hab kein Lehm mehr. Ohne Lehm wird das nicht gehen. Mhm. Was hab ich eigentlich für eine Rüstung derzeit an? Ach, ich hab hier schon die Blünde-Outfit. Und allgemein alles. Auf jeden Fall sind wir jetzt erstmal... Also, was heißt gerüstet für einen Blutmond? Schön wäre, wenn wir natürlich nochmal irgendwas finden. Und wenn es nur diese Dinger sind, die... die Dinger runterschützen. Die Dinger kann ich bauen. Die Turrets kann ich tatsächlich auch schon bauen. Echt? Drei Stück brauch ich. Zum nächsten Spiel. Alter, was du alles von mir willst, Alter. Ich verstehe nicht, warum du das alles... Also, entweder klaut ihr mir immer den geilen Loot. Ich kann alles gar nicht bauen. Robotikhammer kann ich. Ja, Stufe 2. Mit Roboter-Teilen, Robotik-Teilen. Aber die haben wir nicht, die Robotik-Teilen. Oh. Okay, ich hab noch nicht... Nein, ich hab noch nicht gesagt. Die haben wir. Ich brauch danach 80... 80 Eisen. Geschmiedeter Eisen. Ey, ich kann die geschmiedeter Eisen nicht mehr hören. Und Klebeband auch. Also, wir müssen viel mehr Klebeband holen. Okay, ich bin hier mal... Ach, ich bin auf dem Hotel gerade. So, ich brauch mal Leder. Haben wir hier keinen Leder oder sowas? Lack und Leder haben wir da überall. Lack und Leder. Lack und Leder! Ähm. In der Futter-Truhe natürlich. Warum auch immer. So, und wie gesagt, ihr müsst mir hier sagen, welche Rüstung ich denn für euch machen soll. Eine verkromte, bitte. Also, sagen wir mal so, ich habe... Neun! Fangen wir mal an. Ich bräuchte noch was für die Beine und Füße erstmal. Achso, ich dachte, eine komplette Rüstungszeit. Nämlich. Das, was du machen kannst. Also, ich hab jetzt... Also, ich hab jetzt... Gerade nur primitiv. Okay, warte mal. Dann lass mal gucken. Ich hab hier Plünder. Ich hab Normale. Ich weiß halt nicht, was die Vorteile sind. Bin ich ehrlich. Naja, erstmal eine Rüstung ist besser als gar nichts. Also, alles ist, glaube ich, besser als primitiv. Ja, ich will aber schon kurz trotzdem gucken, dass wir was genüßt haben. Anstatt nur Schrott. Ähm. Achso, hier unten steht sogar, was der Vorteil ist. Wiederherstellungsgegenstände wirken schneller. Okay. Holzfäller. Oh, Digger! Kommt er denn her. Merkarbeiter ist für das. Athleten. Vollständiger Set-Bonus. Verbraucht weniger Nahrung und Essen. Was ist ein Sprinkel jetzt noch? Ich dachte, wir wollten aufhören. Ja, ist doch alles gut. Achso. Ich bin hier nur in der City. Ich will hier was gucken. Achso. Also, was kann Plünder... Finde Beute mit besserer Qualität. Wäre die Plünderer... Das Plünderer-Outfit. Und ich glaube, davon hab ich ja auch schon ein paar Teile. Habe ich davon ein Teil? Dann würde ich, glaube ich, das komplette Plünderer-Outfit nehmen. Ein Buch, ein Buch. Hä? Ach. Hör auf, wieder doof, Alter. Mal, was ist das denn hier? Schurkenhautfit hört so hier in eine. Boah, die Vollstrecker. Was macht das 44? Achso, die Magnum ist stärker. Nichts für die... Die Magnum ist wirklich... Die ist echt heftig. Nein, guck mal, was ist Rüstung? Was ist heftig? Die Beeps Rüstung. Äh, die... Die Magnum ist richtig heftig. Ja, die ist geil. Die hab ich auch super gerne benutzt. Eine komplette Rüstung für Landwirt oder Bergarbeiter macht auch voll Sinn. Schreibt mir gerade an. Ja, aber wenn einer möchte, kann ich ein komplettes Bergarbeiter-Dings machen hier für... Oh, ich fall auch noch in den Keller. Ja, ich bin ja oft unterwegs, ne, wegen Bauen. Äh, was brauchst du jetzt nochmal? Du brauchst Bergarbeiter... Also Kopf, was, ne? Was brauchst du jetzt am dringendsten? Kopf. Nee, Kopf hab ich was. Äh, okay, was brauchst du denn? Ich hab... Beine hab ich noch gar nix und Fuß auch nicht. Äh, Beine? Alter, ich hab hier einen heftigen Blut gefunden. Ach, du meinst Stiefel fehlen dir so gesehen? Ja, Stiefel, Schuhe. Und, äh, ein Outfit? Irgendwas für ein Fetischisten. Outfit? Brauchst du ein Outfit? Das ist unser Karton. Könnte ich. Ich hab eins an, aber das ist halt nur primitiv. So, dann hast du hier auf jeden Fall noch was. Okay, wenn du mir mal kurz noch Zeit lassen kannst, dann würde ich dir jetzt mit dem letzten Rüstungspaket noch eine, eine Sache machen. Okay. Dann wäre mit dem Bergweiter... Bergweiter-Schiff fertig. So, Andy, guck mal rein. Oh, krass. Stufe 3? Ja. Ich sag, ich hab schon über 50 Bücher davon gelesen. Oh. Ich sag, ey, wenn das irgendwie mal alles tickt, ey. Ja, das ist mir nicht sattig. Ja, das ist immer schwierig, wenn man lootet. Und ich bin halt so ein kleiner Langfinger. So, Chat. Jetzt seh ich gleich mega geil aus. Wie seh ich denn jetzt aus? Ach, du scheiße, seh ich aus. Ha! Jetzt, Chat. Jetzt seht ihr, warum ich COPD hab. Weil ich im Stollen arbeite. Ja. Guck mal, da ist unser Bergarbeiter hier. Das sieht aus, ey. Hol ich mal die Lampe hier noch raus. Warte mal. Stimmt, die Lampe hab ich drin. Was denn damit? Bin ich jetzt doof oder was? Nebenwand. Haben wir hier noch? Ich muss ja da... Oh, ich bin so auch mit... Ich muss echt... So, wie viele Rüstungskids bräuchte ich jetzt noch für dich? Und ich spitze, okay? Zwölf Stück. Oh, ich könnte tatsächlich dir eine komplette Rüstung jetzt noch trotzdem machen. Ja, wenn du willst, dann gib ihn. Aber du denkst auch an dich, ne? Ich hab meine schon. Ah. Warte. Ich bin sehr egoistisch, weißt du? Ich mach meins zuerst. So, ich falle mich mal kurz wieder hoch hier. Ne, aber ich hab jetzt für jeden, glaube ich, denn jetzt eine Rüstung. Wir können aber keine Rüstungskid mehr machen, weil wir haben keine Klebebänder, sag ich jetzt so, wie es ist. Ich muss dann unsere Base... Da, okay, ich bin am Arsch der Welt hier. Klebeband, ich glaube, ich hab noch irgendwo welche. Ja, ich muss aber Klebeband für die anderen Sachen auf jeden Fall. Also, wir müssen mehr Klebeband sammeln. Kleber oder... Ja, sammeln oder craften halt. Ja, aber craften haben wir uns nicht mehr. So, jetzt musst du mir sagen, was du gerne haben willst. Jetzt, wir haben noch Assassin-Outfit für Set-Bonus. Sei schneller verborgen. Egal, liest du das mal vor. Athleten, verbrauche weniger Nahrung und Wasser. Dann haben wir Bergarbeiter, wie halt Andy jetzt hat, mit dem verbesserten Abbauen. Dann haben wir Biker. Für Rüstungswert ist erhöht. Und Mini-Motorräder sowie Motorräder verbrauchen weniger Brennstoff. Brennstoff. Denn Holzfäller. Es führt Holzfällen. Kommando. Outfit. Fürs Wiederherstellungsgegenstände wirken schneller, was auch immer das heißt. Landwirt haben wir auch. Das heißt, er erhalte mehr Gesundheit und Ausdauer aus Nahrung. Dann die Nerdbrille. Also die Nerdsachen. Werkzeuge und Waffen nutzen sich langsam ab. Dann habe ich einen Nomade hier. Mach mal die Nerdsachen bitte für mich. Alles klar. Ähm, Frankel. Und Chris. Ach du Scheiße, ich habe keinen Leder mehr. Ähm. Habt ihr Leder? Über deinem Dings habe ich ja schon Beete reingeknallt, ne? Ja. Und ich mache den Rest der Decke hier auch mit Beeten. Also nichts reinbauen. Nur auf der Seite hier. Alles gut. Falls ihr zufällig da mal was reinbaut. Habt ihr noch 60 Leder? 60 Leder? Äh. Ich habe hier 7. Die kannst du haben. Ja, das wird nicht reichen. Warum mehr Leder? Mehr habe ich nicht. Dann kann ich deine Rüstung leider noch nicht machen. Okay. Ich brauche... Ich brauche... Hier, Alter. Das ist ja auch so viel Scheiße hier. Oh, Mann. Das wollte ich jetzt auch nicht. Also kann ich mal sagen, ich brauche für den ganzen Outfit insgesamt... Für die Nerdsachen war das, ne? Äh. 15 für ein Rüstungsteil. Das heißt 15 mal 4. Das sind 60, glaube ich. Ja. 60 mal Leder brauche ich dafür. 60 mal Leder, Alter. Ich weiß nicht, ich habe ja... Brauchst du ein Rüstungsset jetzt unbedingt, weil du eine Stande hast oder so? Nee, ich habe... Nee, alles gut. Eile ich jetzt nicht. Okay, dann lege ich das erstmal noch ab. Verändern. So, jetzt habe ich hier meine Schroh... Wo ist die? Ah, die muss ich hier rausnehmen. Ah. Die Munition. Ein Rüstungsteil kann ich dir gleich noch geben, weil ich meinen alten Helm zerlegt habe. Achso, ja, die Rüstungsteile, davon habe ich... Oh, nur noch neun Stück. Ich sehe es gerade. Oh. Hat die auch schon gesagt. Rüstungsteile brauchen wir eventuell... Oh, mein Gott, haben wir viel verballert. Achso, Jungs, wenn ihr Bürostühle, ne? Wenn ihr die in euer Inventar aufnimmt und die dann zerlegt, dann kriegt ihr sechsmal Leder. Und nicht einfach so wegfloppen. Also, beim nächsten Mal Bürostühle. Ja? Windungsbremse? Oh, ja, Mann, ich habe endlich mal ne Schrotze. Moin Kapitel. Oh, ja. Och dann Vielen Dank.